hey leute ich bin es dennis von 3 lpt beziehungsweise der gefallene und heute ein let's play wie ihr seht von der wii und habe mir heute was spezielles ausgedacht super mario galaxy und nehme ich in half size auf also ich spiele auf dem wii emulator dolphin und problem ist obwohl ich auf half size aufnehme also 50% erreiche ich immer noch keine 60 fps die man beim spiel eigentlich hat sondern nur 50 ich hoffe dass das nicht allzu sehr auffällt dass es nicht zu langsam vorkommt also hier sind es halt die vollen 60 also ich habe jetzt auch nur gerade erstmal ein spiel schon angefangen weil ich erstmal testen wollte und ja funktioniert halt dementsprechend es gab einmal einen kometen der war so groß dass er den himmel über den pilzkönigreich füllte von diesem kometen der bloß einmal in 100 jahren auftaucht regneten zahlreiche sternschnuppen auf die erde die sternschnuppen wurden von toads ins schloss gebracht und wurden zu einem großen power stern das hätte anders zu großer freude im pilzkönigreich sein sollen es war die nacht des sternstaubfestes welches einmal in 100 jahren stattfindet und den segen der sterne feiert so hier habe ich halt statt 60 bis 50 fps aber es läuft immer noch dementsprechend flüssig und das ist ja gut so das eines der hauptprobleme die ich hier habe ist dass ich nicht mit einer wii mode und so spiele sondern mit einem xbox 60 controller ich steuere mario mit dem nunchuck was der linke stick darstellt und die wii mode ist in dem fall der rechte stick und das funktioniert doch schon sehr gut okay alles dann bekommen pilzkönigreich guten abend mario das war schon gar nichts zu sagen schnell mario sammeln auch sternstaub du kannst sternenteile aussammeln nur indem du sie mit dem kursor berührst ja ja tue ich dafür ist dieses sternstaubfest ja auch da nicht wahr ich glaube es auch da hier sammeln den sternstaub auch wirklich habe ich noch gar nicht gesehen alle sammeln wie verrückt sternenteile diese dialoge verdiene an oscar verdiene an oscar und 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Mario! Oh, fuh. Oh, 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 oh. Oh, no! Untertitelung des ZDF, 2020 Bist du wach? Dann lass uns spielen. Peach wurde mal wieder entführt. Wen überrascht es eigentlich? Was ist denn so scheinlich? Ja, dass wir müssen. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Hört sich doch fair an. Ja, ist gerade, wie gesagt, sehr experimentell mit Controller. Aber ja, das passt schon irgendwie. Das passt schon. Ja, das passt schon. Ja, das passt schon. Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Hm. Ob das oder ein Tipp war? Oh, gewischt! Okay, dann wird das gar nicht mehr. Da muss dann noch einer sein, der sich in einem Loch versteckt. Was kommt der heypt? Was kommt der schmiede? Ich warte mal. Das war, kein Überleg. Ich warte mal. Ich warte mal, einen Duấnsie? Ich warte mal. Oh nein! Oh nein! jetzt erwischt klasse du hast uns alle gefangen jemand wie du kann unsere mama bestimmt helfen ja glaube ich auch bestimmt tut mir leid dich so plötzlich herzubringen dieser stern verbindet die erde und die galaxien wir nennen ihnen das sternentor ok da oben ist unsere mama bitte hört ihr mal was bitte ich dachte ich spreche in cutscenes nicht und wenn frauen stimmen wo ist jetzt die drehattacke und schüttelt dazu die remote mit rb in diesem fall wie es eingestellt hat wenn es aussieht als könnte man es zerbrechen dann schütte die remote und mache eine drehattacke du kannst damit auch feinde betäuben das ist ein sternring er ist eine abschlussrampe um auf andere sterne zu fliegen schüttelt die remote in seine reichweite er ruft dich zu einer reise zu den sternen nun auf zu den galaxien möge das ich habe schon auf dich gewartet und einen stellenring hätte ich auch schon für dich vorbereitet aber erst von einem meteoriten getroffen worden und lauter kleine stücke zerborsten so kannst du nicht abfliegen wo sind nur die splitter such sie aber pass auf wo du hin tritt es war ein abkommt Alles da. Und der Goomba hat mich nicht gesehen. Sehr schön, fast er ist runtergefallen. Hol mich hier raus. Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Schüttel die Wiimote, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, ram ihn. Und da ist er frei. Danke. Könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternenring. Steig auf und presch nach vorne. Presch nach vorne, okay. Verwandlung! Verwandlung!